Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Rexy. Heute geht es darum, Tipps und Tricks für Kamera fürs iPhone. Gehen wir als erstes in die Einstellungen. In den Einstellungen gehen wir dann so weit runter, bis wir zum Punkt Kamera kommen. In dem Punkt Kamera gibt es verschiedene Optionen, die wir hier sehen. Wir haben Formate, Video aufnehmen, Slow-Mo, Stereo, Einstellungen beibehalten, lauter für Serien verwenden und QR-Code scannen und viele weitere. Ich werde jetzt ein bisschen darauf eingehen. Bei den Formaten können wir auswählen, ob wir zum Beispiel maximal 4K mit 60 oder 1080p mit 60. Also maximale Kompilibilität oder High Affinition. Also persönlich würde ich High Affinition benutzen, um 4K 60 zu filmen. Dann können wir bei Video aufnehmen einstellen, mit wie vielen FPS und welcher Qualität wir Videos aufnehmen wollen. Entweder in 720p mit 30 FPS bis zu 4K 60 FPS. Hier unten haben wir dann noch die MB. Das bedeutet, wir haben bei 720p 45 MB pro Minute. Und 65 MB bei 1080p mit 25 FPS. Und das höchste 440 MB bei 4K mit 60 FPS. Wir können uns hier noch die Paul-Formate einblenden lassen. Das bedeutet, wir haben auch 4K mit 25 FPS und 1080p mit 25 FPS. Hier unten haben wir auch bei der iPhone 12 Reihe auch HDR-Video. Das bedeutet, wir können Videos mit 4K 60 FPS in Dolby Vision mit 10 Bit aufnehmen. Das ist eine sehr hohe Qualität, verbraucht aber mehr MB beim Speicher. Dann haben wir noch Auto-FPS bei der Belichtung und wir können die Kamera spielen lassen, dass wir keinen anderen Modus benutzen können. Wir haben noch Slow Motion. Da können wir auswählen, ob wir 1080p mit 120 FPS oder 1080p mit 240 FPS. 170 MB bei 120 FPS und 480 MB bei 240 FPS. Dann haben wir noch Stereo-Aufnahmen. Das bedeutet, wir können dann, wenn wir die Videos anschauen, oben und unten den Sound hören. Also in einer besseren Qualität. Wir können uns hier unten auch noch den Raster anzeigen lassen, die Frontkamera spiegeln, außerhalb des Rahmens anzeigen. Wir haben eine Szenenerkennung, schnellere Aufnahmen priorisieren, eine Objektivkorrektur und intelligentes HDR. Wenn ihr jetzt nochmal wissen wollt, was das ist, könnt ihr euch den Kleintext hier durchlesen. Als nächstes, wenn wir das gemacht haben, gehen wir in die Kamera. Weil da haben wir dann die verschiedenen Modi. Wir haben einmal Ultraweit, Wide Angle und Telefoto. Mit Ultraweitwinkel können wir sehr schöne Fotos aufnehmen mit 120 Grad Sichtfeld. Mit Wide Angle haben wir ein 90 Grad Sichtfeld und 2,5 haben wir auch einen verbesserten Zoom von den anderen iPhones. Bei Video haben wir das gleiche. Wir haben Ultraweit, Wide Angle und Telefoto. Und wenn wir jetzt zum Beispiel HDR haben mit Dolby Vision, haben wir noch eine bessere Beleuchtung. Das wird jetzt gerade von der Kamera nicht so gut empfangen. Aber wenn wir das aktiviert haben, haben wir auf jeden Fall schönere Aufnahmen, die wir uns dann auch nachher anschauen. Wir haben dann noch Slowmotion mit 120 FPS. Wir können auch jederzeit hier oben drauf drücken und haben die 240 FPS. Ich beherrste aber 120 wegen besserer Beleuchtung. Dann haben wir noch Ultraweit, Wide Angle und Telefoto. Auch wie bei Zeitraffer ist das gleiche Spielchen. Hier drüben haben wir dann noch Portrait. Das ist dann mit 2,5-Facher Zoom, also Telefoto. Oder Wide Angle mit einfachen Zoom. Dann haben wir noch verschiedene Optionen. Natürlich, Studio und so weiter. Wir haben dann noch Panorama mit Ultraweit und wie auch der andere. Wenn wir das gemacht haben und ein Foto zum Beispiel gemacht haben, können wir uns das angucken in den Fotos. Hier ein Beispielfoto mit HDR. Das probiere ich gerade mal zu fokussieren. Leider geht das gerade jetzt da. Da haben wir ein schönes Foto mit einer schönen 4K-Auflösung. Wir haben aber auch noch ein paar Videos zum Beispiel mit einer sehr hohen Auflösung. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Enden gefilmt in 4K Dolby Vision. Das wird gerade jetzt nicht so aufgenommen, aber das Video für den Enten ist online. Ihr könnt es jederzeit auf meinem YouTube-Kanal Rexy angucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Informationen gebracht. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.